Und mit der Gage, wie sieht es da aus? Nachher. Später, ja. Ich habe das mal in der Schule gelernt, ganz genau nicht so, wie ich es jetzt darstelle oder darbringe, aber so ungefähr. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Es ist wohl ein Blödsinn von dem Alten, das Kind mit dem Arsch gegen den Wind zu halten. Danke.